Ein herzliches Willkommen in der schönen Attika-Wohnung in Bech. Gerne lade ich Sie zu dieser Besichtigung ein. Nahe dem Seeufer in Bech droht diese Attika-Wohnung auf einem Wohn- und Geschäftshaus. Sie scheint beinahe über dem Wasser zu schweben. Mit rund 190 Quadratmetern bietet sie Ihnen einen grosszügigen, zeitgemässen Lebensstil in einem hellen, warmen Ambiente. Grandios und immer wieder aufs Neue faszinierend ist die Panoramasicht über den Zürichsee. Drei Schlafzimmer gewähren Ihnen den Zugang auf die Terrasse. Dazu zählt das Hauptschlafzimmer mit Ankleide und Ausweitbad. Lassen Sie sich überzeugen von Ihrem neuen Zuhause im steuergünstigen Bech. Ihre Karin Brudel Drei Schlafzimmer Drei Schlafzimmer Drei Schlafzimmer